Hey ihr Lieben, ab jetzt habt ihr die Möglichkeit, ganz viel Geld zu sparen und trotzdem Millionen von Songs zu hören. Denn für 99 Cent könnt ihr euch vier Monate lang eure Lieblingssongs anhören. Nach vier Monaten könnt ihr das Ganze einfach kündigen. Amazon stellt euch dieses Angebot ab sofort zur Verfügung und ihr habt Zugriff auf alle Alben, die es so gibt. Verpasst dieses Angebot nicht, in der Beschreibung habe ich euch alles dazu verlinkt. Viel Spaß! Oh je, dieses Drama um den wohl gehyptesten Rapper in Deutschland. Aus dem Nichts verbreitet sich heute eine besondere Nachricht, denn Kapital wird bedroht. Laut einer Zeitung fordern sie Geld von dem Rapper. Es geht hier nicht um kleine Summen, sondern um eine halbe Million Euro für ihren Schutz. Aber Kapi will nicht zahlen und die Polizei mischt nun die Karten neu. Beinahe jede Zeitung und jeder TV-Sender hat heute darüber berichtet. Außerdem hat sich nun der Rapper selbst zu Wort gemeldet und ein Statement veröffentlicht, direkt vom Alexanderplatz in Berlin. Bratans, Bratinas, Bratuchas, was geht ab? Ich hoffe euch allen geht's gut. Ich bin hier gerade ein bisschen spazieren am Alexanderplatz, es regnet ein bisschen, ist aber nicht so schlimm. Ich küsse eure Augen. Bro, es ist unglaublich, viele Leute, die mich gerade versuchen zu ficken. Die versuchen wirklich alles, oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Die versuchen wirklich alles, um mich fallen zu sehen. Die wollen, dass ich mit Musik aufhöre. Die platzen auf mich, weil ich einfach Millionen verdiene und sie davon nichts abhaben. Die Presse, die will mich unten sehen. Alle versuchen etwas, aber, damit ihr wisst, die Leute wissen, wer ich bin, wie ich bin und dass sie mich lieben, weiß ich auch. Und daran könnt ihr und eure Klatschpresse auch nichts ändern. Schöne, schöne Grüße. Kappi, bitte. Braa. Wie ist eure Meinung zu dem Thema? Was sollte Kapi eurer Meinung nach tun? Schreibt mir eure Gedanken unten in die Kommentare und abonniert Check the Celeb, um immer up to date zu bleiben. Wir hören uns, wie immer, im nächsten Video. Bis dann. Bis dann.